jo leute und damit willkommen zurück zu live in the woods mit dem flash mit centus dem 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 der da vor mir steht wo machst du sowas hä 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 mit stress oder was der controlschlaver wissen wir jetzt wofür der ist und zwar man kann ein controller zwölf mal zwölf in jeder richtung vorne hinten links und rechts oben und unten glaube ich geht das sogar auch setzen dass der in jede richtung wirklich zwölf mal zwölf hat und der slaver ist einfach dafür da dass du das dadurch erweitern kannst das große und ganze gewesen und die verrückte idee hat er natürlich wieder warum verrückte idee warum aber erstmal müssen wir halt gucken dass wir wirklich hier oben für unseren garten das lager haben ja da stellt sich die frage auch das war teeblätter ernten ich muss meinen tee ernten ich ernähre mich nur noch von tee und ganz gesund ich bin jetzt ein veganer behindert ab jetzt esse ich nur noch veganes zeug okay nie wieder tierprodukte verdammt ich muss eier essen bist einfach nur durch geknallt ich weiß ja wie groß machen wir das jetzt hier unten ja ich würde auch sagen dass wir es vielleicht noch in die länge ziehen jetzt haben wir die zeit nicht wieder hochkommt gleich was ich dir der floggt die ertreppe da gelassen habe die ganzen scheiße einsammeln aber auch mit eingesammelt also jetzt was sie dann so eine kackte erdtreppe du bist ein held hier das geht auch nicht da vorne geht auch nicht ha 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 aua 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 der nimmt mich von hinten aus das geil 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 ja ich schiebe dir die schilder schotte gleich rein musste ich mal wieder ein bisschen lauter machen müssen wir lauter reden gar kein problem das kann ich auch machen du bist trotzdem noch leiser weil ich dich leiser gestellt hatte was wirst du so oder so weil ich würde ich mache hier an der seite hier eine treppe hast du schon gesehen da wo wo jetzt noch er das schon aus der wand fehlt war ja noch er da drin da kommt eine treppe hin dass es nach unten geht so jetzt die frage was macht man jetzt mit muss das jetzt rausreißen muss das jetzt sein klar brauchen die kohle 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 jetzt frage ich mich nur in welche richtung macht man das also nicht weil ich vermute mal dass ich eventuell das haus mit zum kleinen schuppen einen kleinen schuppen anbinden muss damit ich die pipes vielleicht in die küche reinziehen kann dass man so vielleicht zu sagen okay macht hier sind so klein und kleines garten hüttchen getarnt als die sache zeit können ja für die essen fürs essen hier unten so ein kleines dingen bauen das braucht ja nicht unbedingt groß sein weiß wie groß reicht die größe würde ich sagen ja ja der boden definitiv noch aus weil ist ja halt so können ja hier rings um die ganze wand zu teilen und da wo es dann runter geht zu den anderen sachen da kannst du es ja frei lassen ich mache jetzt erst mal mal gucken treppe passt das denn mit dem abstand wenn man drei hier macht ja ich will doch kein erdblock dahin machen nee willst du nicht ich muss das ja so machen ich glaube noch was zu essen ja irgendwie sind meine sounds voll im arsch arsch was ist soundpack dann ne ja dass ihr auch draußen gehabt und das trotzdem okay boi kaputt warum auch immer hier vorne muss ich aufpassen hier vorne ist ein loch ne ich kenne mich der darunter fällt nachher du bist auf jeden fall derjenige der darunter fällt mach schon ja weiter machen können ich mache mir das provisorisch hier mal rein klein rechts an die wackeln soll ja nix bauen hier ne eigentlich nicht Übrigens so wirklich die Wand machen Brost gar nicht wenn wir da die Wand machen oder? Ja dennoch, 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 dann finden wir mal so richtig. Also Ganz oder gar nicht? Aha. Ganz oder Ente? Ganz oder Ente, ah ja. Kackvogel oder Flash? Hallo, da bin ich lieber ein Flash. Vielleicht der Kackvogel bist du. So. Warte mal vorne das Loch hier zu, das hier. Da mach ich jetzt erstmal einen Erdblock hin, so. Hier können wir da Blöcke hin, hier auch. Aha. Die brauchst du doch nicht, die siehst du doch nicht, wenn jetzt... Oh, den siehst du schon. Den siehst du nicht. Oh, jetzt hab ich grad voll verwirrt. Spiel. Das bist du immer. So. Das ist der verwirrte Flash. Warte, jetzt hab ich noch Kalk, was, wie hab ich denn die Treppen gemacht? Was Kalk? Verwirrte Kotkopf. Ehh! Das sind... Toll. Ich glaub das ist Kalk. Ja. Ehh. So, haben wir noch hier diese, was ist das denn, Soapstone? Soapstone. Gucken wir noch Soapstone haben. Ich weiß gar nicht, wofür ist das zweite Fach da überhaupt? Der macht ja überhaupt nichts. Nichts zweite Fach. Hä? Nichts zweite Fach. Ja, bei der Presse. Oh, Nebenprodukt. Möglich. Ich hab noch Marble, warum hab ich kein Soapstone mehr? What the fuck? Weil du behindert bist. Greis, 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 Greis. Vielleicht weil das gerade beim Testen verschwunden ist. Nee. Nee. Sie haben Soapstone irgendwo klauen. Geh mal kurz in die andere Mine rein. Äh. Was ist das denn hier? Ja, Pumpkins. 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 Pumpkins, hier ist Soapstone. Ähm. Oh, natürlich was für die Wand. Sehr generell egal, wenn wir erstmal Kisten jetzt bauen, weil die Kisten brauchen... Oh, oh, ist ein Maus, hallo? Kisten brauchen wir so oder so. Ja. Ey, wo ist der bei ne... Auch so schnell? Äh, also nicht. Ja, aber nicht gerade. Irgendwie ist es gerade... Ah, jetzt. Kisten brauchen wir auch sowieso um die Storage-Dinger zu bauen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir haben uns getestet, ob das so funktioniert. Wie das funktioniert. Achso, da ist Wasser. Aha. Hat sie halt wahrscheinlich einfach so ausgeschaltet. Ja, da wird man nicht so... Oder irgendwas anderes falsch gemacht, weil normalerweise kann man das auch so einstellen, dass man dann nur das eine Rezept anzeigbar kriegt. Ja. Aber, wollen wir nicht meckern, das Mudpack läuft ja sowieso gut. Also passt das ja. Wenn dann mal eins, zwei Sachen... Doch, wenn man hinter dem Haus steht von der Mine kommt, sieht der Berg dahinter aus wie so ein Kirchsturm. Doch, jetzt habe ich Bock auf eine Kirche zu bauen. Wollen wir mal gucken, wie lange das generell läuft. Spoiled. Oh, ich glaube immer da ein bisschen... So wie wir uns kennen, ne? Wollen wir mal so relativ? Relativ. Relativ geklappt bei uns beiden. Ja, aber du... Das ist sowieso immer geklappt. Aber ich... Wer hat die Kackfackeln da unter den Dingen gesetzt? Scheiße, ist das doch... Wo denn? Ne, unter der Treppe. Ich nicht. Nein, war ich nicht. Nein, nur nicht. Ich war das nicht. So. Ähm... Einfach überall den ganzen Müll reinschmeißen, wie immer. So, was machen wir jetzt als Boden rein? Grappier. Ich würde sagen, dass man als Boden definitiv erstmal noch Dinger reinmacht. Carpenter. Mach doch. Ja, toll. Mach doch, sag dann nur so einfach. Ja, mach doch. Backe. Gleich war natürlich falsch drin. Tu, jetzt schaltet sich gleich das Licht wieder um. Manchmal Minecraft, jetzt wird das voll hell mit dem Shader, wenn das so dunkel wird. Ist schon echt nice. Äh, Gehirne kommen da auch nicht rein. Die kommen da rein. Ist so egal, immer rein mit dem Ding. Ahnung. Dieser vielleicht kommt bei der Presse ein Nebenprodukt bei anderen Sachen raus. Wollen sie nicht. Äh. Ähm. Ja. Ja. Was denn? Ich hab grad irgendwas Grünes aufblitzen sehen. Vielleicht war das auch nur dein Headset, was du aufhast. Aber irgendwas hat grad Grün aufgeblitzt da um die Ecke. Okay. Das fand ich geil. War's nicht? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Creeper? War's das nicht? Nee. Schlafen. Schlafen? Schnell. Ich will nicht sterben. Nein. Bumm. Hi. Na? Aua. Was denn? Ich muss das am Müll wegwerfen hier. Also dich. Haha. Guck mal, da sind Sklöte. Na und? Ein Treibgut ist da vorne. Oh, wie viel? Egal. Stop's doch. Du musst gleich wieder mitbringen. Aha. War ich nicht. Besser? Jetzt ist die Frage, was macht man für'n Boden? Ich hab die Skelette immer ganz doll lieb, indem ich sie töte. Yo. Ich glaub, da machen wir auch was. Wollen wir das hier nochmal weiter? Haben wir auch nur zur Hälfte fertig gemacht? Hallo? Das Haus ist noch nicht mal fertig. Weil wir keinen Gravel hatten. Ja, wir hier auch noch nicht. Übertreib. Hast du nicht getan? Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Nein. Okay. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Hallo Hähnchen. Warum legst du keine Eier? Bist du doof? Ich hab das keinen Bock gehabt. Merks. Also wenn ich dich sehen würde, ne? Mit deinem Outfit würde ich mir auch keine Eier legen. Da würde ich mir höchstens vor Schreck ins Gefieder machen. Mich auch, du Kackvogel. Du Kackvogel. So? Nee. So, machen wir das mal weg. Als ob der irgendwie die Gefindlichkeit umgestellt hat. Videosettings. Das dann auch. Hopp. Die nochmal ernten. Kann ich rein? Nö. Reif, reif, reif. Kann man nicht. Ich brauche jetzt wieder Holz. Auch. Ja. Braust du das? Ja, zum Knie. Spinne der Farmer. Du bist behindert. Ja. Zombies. Siehst du, sei ich. Zombies kommen direkt Gieren angeflogen. Oh. Sollte mal mehr Essen mitnehmen. Wie viel Essen, wie viel Zeug haben wir noch? So ungefähr, dass ich was nehmen kann. Nehm dir doch einfach. Aber wir haben genug. Was heißt? Kälter sind fast alle fertig und sind noch nicht mehr geerntet. Wir haben von neben. Ja, du sagst so einfach neben. Aber ich will gucken, dass ich halt Salat machen kann. Mhm. Ups. Ich nehme die auf jeden Fall mit. Oh, hier oben ist auch noch was. Blueberries. Das war echt wie ein Tiefsalat raus. Äpfel. Äpfel fertig reif. Jo. Ho 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 ho. Lulululul. Cischen. Kio schön. Kio schön. So. Das es nur bis 8 steckbar ist, ne? Das es echt nett sind. Hä? Das die Sachen nur bis 8 steckbar sind, das ist ein bisschen nett sind. Ja, hat sie so eingestellt dann, ne? Ja, scheiße. Dass es nicht höher geht. Ob da die Felder sind schon fast wieder alle, weil die... Ich glaube, du bist jetzt noch nicht wieder geerntet. Die Felder. Weswegen? Melonen, Zitronen und Ananas. Du brauchst grad nichts zu ernten. Nein, wir ja nicht. Ja. Jetzt kann noch Göbel annehmen ab. Ach so. Das sieht ein bisschen Shader aus wie Tee wieder. Ja. Oder ein bisschen. Ein bisschen. Ja, muss das Dach auch noch fertig machen. Ich muss jetzt immer Holz haben. Bisschen kacke, ne? Warum sind die Apfelbäume kaputt? Sei rum. Okay, dann glaub ich mir die Apfelbäume. Ich hätte doch gesagt, die kommen doch eh hier weg. Bäume. Wo noch eh woanders sind. Zumindest ein Apfel ab. Ne? Äh? So, jetzt hab ich ein... Toll, jetzt hab ich ihn... Abgeerntet, wollte ich fast abwählen, jetzt kommt der Stapling zu mir hergeflogen. Aber die anderen Äpfel lässt du die in die Kiste sind, ne? Ne, wirklich alle haben. Warum mehr Apfelbäume rauszumachen. Wie ein Apfel-Apfel-Fetischist. Ich will Bananenbäume haben. Hä? Ich weiß wahrscheinlich auch. Oh, da können wir gucken. Banana... Es gibt Bananas! Es gibt Bananabäume! Ich muss die finden. Ich muss die finden. Ciao! Ne? Du bleibst hier. Machst jetzt mal eins da fertig. Ciao! Ciao! Nein! Sicher? Nein! Ach, was ist sowas von? Ich will Bananenbäume haben. Hm? Spinner. Ach ja! Ich wollte das einfach auch gut. Vielleicht ist das schon so ein Kackvogel. Bäm!